Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um alle Erfolge aus der Warfront in Darkshore und da war ich schon ein bisschen fleißig, habe jetzt alles schon mal gebastelt und möchte euch so ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes solltet ihr wissen, ihr müsst euch einmal anmelden. Ich zeige euch das Ganze aus der Allianz-Perspektive, weil die jetzt als erstes quasi die Warfront angreifen kann, bei der Horde dürfte es aber auch nicht großartig was anderes sein. Zumindest habe ich bei meinem Horden-Char auch alle Erfolge von der Allianz angerechnet bekommen. Als allererstes landet ihr hier am Strand, müsst ihr erstmal zur Base hochkämpfen und erst wenn ihr die Basis habt, wird es eigentlich für die ersten Erfolge interessant. Und zwar als allererstes müssen wir hier erstmal das Achievement-Rekrutierungsoffizier angehen und dafür müsst ihr einmal fünf Einheiten rekrutieren. Sobald ihr das Lager freigeschaltet habt, könnt ihr hier über die Kiste Ressourcen generieren. Das sind die in den Klammern, die kann man dann dahingehend immer abholen. Alle paar Sekunden kriegt man ein paar Ressourcen und mit denen werden wir jetzt gleich ein bisschen wirtschaften. Als allererstes müssen wir hier unseren ersten Baum ausbauen, das ist quasi unser Hauptbaum und bei diesem können wir auch die Einheiten rekrutieren. Wir brauchen hier alle vier Einheiten. Die hinteren beiden sind gelockt hinter Gebäuden. Heißt, ihr müsst erstmal hier, ja, beziehungsweise nicht hinter Gebäuden, hinter solchen Zielen, die man einnehmen kann. Und erst dann kann man die anderen hier quasi herstellen. Ihr braucht da relativ viel Holz, also spart euer Holz am besten auf und, ja, tut am besten nichts für die Gebäude beisteuern. Das sollen andere machen. Ihr braucht ja erstmal euer Achievement und müsst daher ein bisschen Einheiten herstellen. Ihr könnt nur zwei gleichzeitig dabei haben, heißt, wenn ihr jetzt hier zwei auswählt, klickt euch die Buffs oben weg und nehmt dann die anderen noch mit, dass ihr alle fünf dann bekommen könnt. Wie gesagt, vier sind erstmal hier und dann haben wir nochmal ein fünftes und zwar ist das die Kleve und die kann man hier erst relativ am Ende bauen. Und dementsprechend haben wir hier dann dieses Klevenwerk und da wird dann die Kleve gebaut. Da müsst ihr ein bisschen schnell sein, weil man nur drei Kleven gleichzeitig haben kann. Sprich, wenn die anderen Steller die Kleven herstellen, dann seid ihr so ein bisschen hinten dran. Das nächste Achievement, was wir uns angucken, ist, schließt die Schlacht um Dunkelküste ab. Das ist, denke ich mal, selbsterklärend. Ihr müsst einfach den Boss hier am Ende umhauen, einfach die Schlacht durchspielen, dann habt ihr dieses Achievement. Dann haben wir Licht im Dunkeln bzw. im Schutz der Dunkelheit und dafür müsst ihr die einzelnen Punkte hier einnehmen. Wie funktioniert das prinzipiell? Es ist so, dass ihr immer von der gegnerischen Fraktion am Anfang diese ganzen Punkte ihr habt, die man angreifen kann und hier ist es so, dass ein Haufen kleine Mobs rumstehen, wie es jetzt hier bei der Allianz auch ist. Die Horde kann ihr nämlich auch wieder zurückerobern und immer ein General. Sobald der General stirbt, in der Millisekunde kann man diese Flagge anklicken und sie umflecken, wie ihr es bestimmt auch schon aus diversen BGs oder aus dem alten Warfront, also hier dem Arati-Hochland kennt. Im Endeffekt müsst ihr der Erste sein, der den Cast hier durchbringt. Wichtig dafür ist, ihr solltet, wenn ihr hier reinlauft, am besten nicht großartig mitkämpfen, sondern von nichts Akko ziehen, euch an die Flagge stellen und die Flagge spammen. Am besten habe ich gesehen, dass man es unten macht, weil oben stellen sich oftmals Leute rein, man kann nicht so gut draufklicken. Und werdet ihr mir glauben, das machen viele Leute, die hier spammen. Dann kämpfen die Minderheit gegen den Boss und die Mehrheit versucht hier das Achievement zu machen, weil wirklich nur der Erste, der den Cast durchkriegt, kriegt es für das Achievement angerechnet. Also sprich sind die anderen verbündeten Spieler eure größten Feinde hier, wenn ihr das Achievement hier spielen wollt. Und ihr müsst hier wirklich alle Basen einmal einnehmen, heißt quasi hier die Hauptbasis und dementsprechend einmal die Mine hier, dieses Holzarbeiterlager und alle anderen Basen. Also da müsst ihr ein paar Mal ran, das müsst ihr nicht in einem Aufwasch schaffen, also nicht in einer Wurf. Und ich habe bestimmt auch fünf oder sechs gebraucht, bis ich wirklich alle hatte, weil ich doch relativ viel Konkurrenz hatte mit Leuten, die dementsprechend auch die Achievements machen wollten. Dann gucken wir weiter und zwar jetzt kommen wir zu dem bisschen interessanteren Teil, wo sehr viel Vermutungen geäußert wurden und ich jetzt ein bisschen rumprobiert habe, bis ich es hatte. Das ist ja quasi der Hauptbestandteil dieses Achievement Guides. Wir müssen nämlich alle von diesen drei Helden einmal verkörpern. Und wie funktioniert das? Wir haben hier ein Gebäude und mittels diesem Gebäude hier haben wir es dem Altar der Alten, schimpft sich das. Das solltet ihr auch, wenn ihr die anderen Achievements habt, priorisieren zum Ausbauen. Denn hier ist es so, wenn wir jetzt mal mit der Priesterin hier sprechen, haben wir drei verschiedene Helden und die müsst ihr in der Schlacht alle einmal spielen. Wie bekommt ihr die? Es gibt hier verschiedene Mutmaßungen, wie man die bekommt. Manche meinen, man muss Rares töten, die hier außen rumlaufen. Ja, hier rennen Rares rum, die kann man dann looten und bringen ein bisschen an Ressorten. Lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich ausprobiert, das stimmt definitiv nicht. Wie man quasi diese Essenz bekommt, die man hier braucht, das ist übrigens ein Debuff, der euch hier unten dann angezeigt wird, ist folgendermaßen. Ihr müsst einfach extrem viel Schaden austeilen in einer Schlacht, beziehungsweise es kann auch sein, Mobs töten, gegnerische. Eins von beiden. Ich kann euch nur sagen, wenn ich mit meinem Tank reingerannt bin, am besten vor, weil hier kommen ja die Wellen und man da einfach reinrennt und kleeft wie so ein Blöder, dann bekommt man relativ zügig den Buff, wie gesagt, oder die Buff, der wird hier unten angezeigt. Der ganze Bildschirm wird grünlich, man hinterlässt so einen grünen Feenstaub hinter sich. Also man sieht auf jeden Fall, wenn man das erhält. Und dann kann man nämlich hier zurückgehen und sich einen von diesen auswählen. Solltet ihr den Buff haben, dann wählt ihr als erstes Triade aus. Das ist der DD und die verursacht nämlich einen Haufen Schaden. Und ihr seht hier, 91.000 Schaden verursacht sie hiermit und das ist AE-Damage. Also ihr könnt damit einen Haufen Damage verursachen. Warum wählt ihr die Triade? Ihr lauft mit der Triade dann wieder rein, lauft hier vorne hin und kleeft mit der Triade rein. Das habe ich nämlich gemacht. Somit hatte ich wieder, es wird gemutmaßt, immer der Spieler, der am meisten Schaden verursacht, kriegt den Buff, zumindest wird das so gemutmaßt. Oder man muss einen bestimmten Wert an Schaden verursachen oder eine bestimmte Anzahl an Gegner töten. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber da reinzuholzen ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Wenn ihr nämlich den DD wählt, kriegt ihr relativ schnell wieder den Buff. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich erst als Bär mit allem reingeholzt, habe die Triade gewählt, habe mit ihr mal eh reingeholzt und innerhalb von einer Minute oder so hatte ich wieder den Buff nach mich zurückgelaufen, habe mir den Triaden-Buff oben weggeklickt und den nächsten ausgewählt. Ich glaube, ich habe da den Tank genommen, der ist irgendwie nicht so geil. Also einen dritten Buff habe ich nicht geschafft, aber zwei Buffs in einer Warfront habe ich gepackt. Und dann in der nächsten Warfront habe ich mir dann halt quasi den Heil-Mob genommen. Also ihr könnt es auf verschiedene Dinge aussplitten. Was sinnig ist mitzunehmen, ist auf jeden Fall überschäumende Macht. Das kann man sich einfach kaufen, das ist ein Buff, das machen wir jetzt mal. Den können wir auf vier stacken und ihr seht, ich mache dadurch 40% mehr Heilung, mehr Schaden und habe mehr Gesundheit. Das ist halt ideal, wenn ihr da vorne reinlauft, reinklieven wollt, um dementsprechend möglichst schnell euren Buff zu erhalten. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr einfach schnell gewinnen wollt, ist das hier auch praktisch, weil diese Helden sind auf jeden Fall ziemlich stark, vor allem die Triade, also die haut richtig rein, damit könnt ihr eigentlich alles wegrocknen. Die hat zwar nicht ganz so viel Life, aber die rockt schon echt ganz gut rein. Wenn ihr da jemanden habt, der euch heilt, dann macht ihr damit eigentlich alles alleine um. Das war es jetzt soweit von den Achievements. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ja, das war es mit dem kleinen Video-Guide. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne eine positive Bewertung. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.